Gucken wir einfach mal auf unsere Karte. Also wir müssen hier einen Schlüssel finden. Den Schlüssel haben wir doch aber schon, oder? Der würde angezeigt werden. Hier oben. Da. Da müssen wir hin. Schön für dich. Nur wie kommen wir da hin? Das ist jetzt die Frage. Quack, quack, quack. Da ist ein Portal. Ja, da mussten wir den Strahl letztes Mal durchschießen. Ja, vielleicht können wir das benutzen, um uns hochzufailen. Ich glaube nicht, weil wo soll man hier denn bitte schon hin? Du, ich will nur Vorschläge machen. Ja. Musst du mich immer fertig machen? Ja, muss ich. Das ist mein Job. Gut. Ich bin Spieler und professioneller Fertigmacher. Aber nur, weil du immer fertig gemacht wirst? Genau. Übersetzt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Genau. Ist im Ernst? Keks? Ja, Keks. Wäre schön. Och Mann, wenn wir nicht wieder dickig sagen, wie im letzten Mal. Nein. Würde mir jetzt signifikant helfen. Ich mag das Wort signifikant. Übrigens. Übrigens. Und ich kann heute nicht reden. Ach, ich kann nie reden. Heute. Mhm. Genau. Wie auch immer, was sollst du? Ja, schön. Da hinten hin. Aber wie? Hä? Du musst das doch wissen, Mensch. Kannst du nicht den anderen Strahl irgendwie woanders noch aktivieren, damit sich das Ding wieder nochmal verändert? Ich wette, da oben kann man ein Portal dran schießen. Ist ja schön, dass du das wettest. Ja, das müssen wir nur rausfinden, wie wir dein Portal hinkriegen. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um eine halbe bis eine Stunde. Das ist ein bisschen wenig. Doch, da ist ein Portal. Wir müssen irgendwie ein Portal hinkriegen. Ja. Oh, da ganz oben. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ich wette nicht, dass das so gedacht ist. Da kann man hier vielleicht irgendwie ranspringen. Ist es da? Ist es wohl das? What the? Ja, bestimmt. Kann man versuchen. Auf jeden Fall. Ja, jetzt. Mehr als runterfallen kann man ja nicht. Ja, runtergefallen. Wie willst du da denn raufkommen überhaupt? Da willst du doch hin. Das ist doch das Problem, dass du da nicht rankommst. Oh, ja, stimmt. Fuck. Witzbold. Egal, mach das Portal. Das sehe ich aber gar nicht. Und so weiter. Ja. Hallo, Portal. Portal. Zwei. Yay. Kannst du das nicht irgendwie umdenken? Da ist es. Ich stelle ich mal ein bisschen weiter nach links. Rechts, 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 rechts sozusagen. Ich kann, ich bin analfabet. Jetzt noch mit dem Zielkreuz noch ein bisschen weiter nach rechts. Da, wo die Lücke zwischen dem Ding, das den Strahl auflädt und da. Ne, hör. Hoch, hoch, hoch. Hör, geht nicht. Ach, das geht nicht. Okay. Das ist kacke. Ja, sonst bricht er sich das. Da ist es doch. Ja, dann. What the fuck. Es klang so, als hätte es geklappt. Es klang aber auch nur so. Versuch's. Aber ich glaube nicht, dass es klappt. Du kannst doch ganz nach unten gehen. Da ist doch ein Portal. Ja, wenn ich die Gugne sehe, ich ja schon, ob es geklappt hat. Es hat geklappt. LOL. Weg da. So. Ja, Portal. Ich glaube, Flank. Nein. Nein. Wir haben dadurch geguckt. Oh, fick dich, Spiel. Mach sie beide weg. Guck mir den Guide an. Nein. Das willst du doch jetzt nicht wirklich tun. Das klingt nach einer Option. Vielleicht sogar nach einer Lösung. Nicht hinnehmbar. Du löst das Spiel jetzt so. Aber das hasst mich. Ich hasse dich auch, und? Ja, gut. Wozu bezahle ich dich eigentlich? Ich bezahle es mich doch nicht. Ja, und? Dann siehst du mal, warum. Boah. Zum Ersten keine sichtliche Aufstiegsmöglichkeit. Genau wie im Berufsleben. Das hatten wir aber auch letztes Mal schon. Ja. Der war uncool. Echt uncool, Alter. Sei es doch. Och, Mann. Kann man nicht die Dämonenform nehmen und dann höher klettern, weil dann ist man ja größer. Ja. Ach. Ich bezweifle, dass das so gedacht ist. Kann man auch hier nicht benutzen, oder? Doch. Nicht, dass ich wüsste. Oder doch, man kann sie benutzen, ja. Aber das wäre unnötig. Außer zum Klettern. Mhm. Müssen wir vielleicht da hin? Kommen wir da vielleicht hin? Ist dort irgendetwas, was unserer Begierde... Ah, natürlich! Mir fällt es wieder ein. Das ist jedes Mal so, dass es dir dann irgendwann wieder einfällt. Ja, natürlich. Ich wollte mir jetzt bald eigentlich vorschlagen, dass wir eine Pause machen und das irgendwie... Ja, aber es ist mir doch gerade in den Sinn gekommen. Boah, du bist ja schlecht. Natürlich muss man andersrum rein. Konnte dir das nicht früher auffallen? Nö, konnte es nicht. Wie auch immer. Ja, jetzt sind wir doch schon viel höher. Ja, das denke ich auch. Hab ich gern gemacht. Ja. Der Moment des Jahres. Mhm. Aber wir sind oben. Ja, wir sind ganz oben angegangen. Oh, ein Schlüssel. Haben wir den Schlüssel? Wir haben den Schlüssel doch letztes Mal geholt. Das denkst auch nur du. Ja! Die unglaublich kristallinen Kristallschwerter. Oh Gott, nicht die schon wieder. Ja, die lassen grüßen gerade, weil es fehlt. Das ist wahrscheinlich wie mit denen verbrannt mit dem Schlüssel. Denke ich auch. Du hast auch einen derselben Schmiede gemacht, von dem Trollschmied. Zwergschmied. Der kleine Riesenzwerg. Stehst du nicht Troll? Ich verstehe das schon, aber ich wollte meinen eigenen Witz bringen. Oh, darfst du dir keinen eigenen Witz machen. Das ist meine Sendung. Das ist es nicht. Ach, lol. Ich schieße schon. Du bist so schlecht. Ich sag dir wann. Jetzt. Ich bin so gut. Ja, ja. Ach, Mist. Ah, wir hätten dir doch ein Aufgeladenes hin machen müssen. Soll ich den nicht sagen? Jetzt. So. Und jetzt. Oh, ne. Wir sind ein Geist. Wir sind tot. Und nein, wir spielen nicht Darksiders 2. Hilfe. Hilfe. Das ist Level 5.5. Ach so. Komm. Okay. Das ist beeindruckend, wie du das immer wieder schaffst, das Spiel zu hacken, cracken, was auch immer. Ja. Kommen wir auch wieder raus. Du bist unglaublich. Du bist unglaublich. Oh Gott. Oh Gott. Komm. Springen wir hin. Springen wir hin. Nein. Wir spielen einfach nochmal von vorne. Ja. Also das ganze Spiel. Ähm. Hallo. Hilfe. Jetzt möchte ich hier gerne raus. Part 1b. Kommt jetzt. Bald. Ja. Schön. Hast du fein gemacht. Dann laden wir einfach mal ganz professionell nochmal neu. Oh toll. Dann haben wir doch auch nie mehr die Dinger, oder? Doch. Das hat er auch gesaved. Das weiß ich doch nicht. Doch hat er. Okay. Es hätte aber eigentlich dazu gepasst, dass wir es jetzt nicht mehr haben. Ja, das wäre ein typischer Verlauf. Aber vielleicht. Jetzt können alle nochmal gucken, wie du den Aufgang gefunden hast. Genau. Einfach hier rechts. Das hat sich nämlich geöffnet, nachdem wir den anderen gemacht haben. Ja, wir haben auch nicht gespielt letztes Mal mit Depp. Äh. Das haben wir so lange nicht gespielt, deswegen haben wir es vergessen. Genau. Das ist der einzige Punkt. Wie wäre es, wenn du jetzt mal rüber gehst, bevor du das Partei machst? Danke. Ja. Halt dich an mich, dann kommst du weiter. Ja sicher. Oh, ein Tor. Ein ominöses. Da ist... Blau im Feuer. Da ist der Vulgrim drauf. Schrägstrich Weiger. Ja. Lol. Im doppelten Sinne. Aufgeladen, ne? Denk dran. Halbforschung im Bruch, Mann. Äh. Tschüss. Nein. Okay. So. Ich schwöre, dass wir das letztes Mal hier schon gemacht haben. Das meine ich aber auch. Mann, immer diese Zurücksetzer. Oh. Oh Gott, das ja, das haben wir ganz eindeutig gemacht. Ja. Sorry, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Haben wir gerne gemacht. Du brauchst doch die Bombe, oder nicht? Ja, die Bombe ist hier. Ach so. Ach so. Okay. Ja, ist ja gut. Mit der Kette. Wir haben hier doch angefangen heute. Als wir den Spielstand geladen haben. Da waren wir doch hier. Genau an der Stelle. Und dann sind wir auch durch die Tür hier wieder rausgegangen. What the fuck? Ja, das kann gut sein. Oh. Was macht das Spiel mit uns? Was weiß ich? Nein. In das Portal musst du da bleiben. Du bist ein Depp. Entschuldigung. Ich bin ein berühmter Schauspieler? Nicht Johnny. Oh. Derp. Depp. Fein hast du das gemacht. Boom. Ich schmeiß einfach mal random so eine Kugel. Das war daneben. Ich saube, ja. Warte. Warte. Jetzt doch noch nicht. Guck doch erstmal hin, wann sich das Ding dreht. So. Ist doch richtig. War es richtig? Ja. Oh. Na gut. Glückstreffer. Ja. Ist alles können. Ich glaubst du auch nur du. So. Wo ich springe. Ich springe auch. Och. Kiste. Ja. Das ist das neunte Teil. Ja. Acht. Jetzt haben wir acht. Supi. Was ist mit diesem Spiel? Was? Ja. Genau. Dem Spiel. Jetzt können wir gleich uns sehen. Hi. Wink. Spring. Mui. Mui? Mui. 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 Mui grande. Ergab das jetzt Sinn? Mui grande. Sehr großartig. Oder sowas. Okay, es ergab so. Frag mich nicht, es ist in vier. Ich hab alle meine, Spanisch Kenntnis oder wie ihrahren. So gehört sich das. Ich hasse Teleport Rätsel. Ich hasse alle Rätsel. Und da musst du doch jetzt da gegenüber die auf die roten, ne? See. Ja dann würde ich mir wohl ich Sag dir wann. noch nicht noch nicht jetzt eine bombe holen schneller du ich hab dir nicht gesagt man werfen soll schlau scheißen kann jeder klug scheißen nein bombe jetzt guck erst mal auf das ding bevor du wirst jetzt ohne nachher du bist ein glückspilz klappt das ist gar nicht verdient dass das klappt muss das rote portal jetzt noch mal umändern und ich springe einfach hier durch da kommst du aber bei dem anderen wieder raus ach so ja ich bin gar nicht spinne das war schick aus warte und wait for it jetzt oder ja so und es hat nicht getroffen wort man mal in ordnung weil es ja einfacher okay du wirst es wissen damit ach so machst du das ja so viel einfacher das ist schlau wenn es klappt ich glaube dass so viel zeit okay das war jetzt aber na ja weiß nicht das war ein bisschen geschützt war eine kamikatze ja wie auch immer so schlecht darfst hochlaufen um das portal aufzusetzen moment wir brauchen wir gern erst mal muss da hin hallo nicht dass das untere wieder weg ist sehr mui nervig warum hast du das portal jetzt da unten gesetzt damit wir da gleich rein können damit wir hier oben rausgeschleudert werden ach so weil sonst hätte das untere wäre dann wieder verschwunden und dass wir dann das auf der anderen seite wo bin ich hin können mhm mhm hallo hola klatsch ja du setzt platzscheinen nichts geschieht hui supi kiste so jetzt haben wir einen part noch mal dasselbe gemacht wie im letzten part ich hoffe es hat euch gefallen bist du sicher dass wir soweit kam oder hast du nicht vorher abgebrochen irgendwie und deswegen standst du da vielleicht ja stimmt kann sein ich glaube wir müssen nichts wieder hier rückwärts durch ich hate das ich hate das jedermann hat das hmm jetzt so pfui 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 grande so dann mal weiter wir haben einen schlüssel jetzt auch geil wir kommen durch ja wir haben es war es das jetzt eigentlich auch mit diesen komischen die mit diesen mit dieser art portalen gerade äh du musst runter und dann hoch oder nicht nein wir sind schon auf der richtigen höchste wir müssen nur warten bis es vorbei kommt da war es doch gerade eben schon fahren auf dem bus autobus ja auf den autobus und hier ran ne da ist es das die du hast